Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Donnerstag, den 1. Juni, präsentiert von IBPro. Die Lösung für Bestand und Provision. Zurich Vertriebschef geht. Die Zurich-Gruppe Deutschland und Javid Barna gehen voraussichtlich Ende Juni getrennte Wege. Der Versicherer und der Wirtschaftswissenschaftler wollen sich zu dem Sachverhalt nicht äußern. Das berichtet das Fachportal Versicherungsmonitor. Signali-Duna mit Gewinneinbruch. Die gebuchten Proto-Beiträge der Signali-Duna-Gruppe stiegen im Jahr 2022 um 2,4% auf 6,47 Milliarden Euro. Die Beitragseinnahme der Krankenversicherung klärtet nur mit 1,9%. Die Kommissit-Versicherer haben mit einem Plus von 6,9% wieder am stärksten zum Wachstum beigetragen. Trotz schwieriger Marktbedingungen wuchsen die laufenden Beitragseinnahmen der Lebensversicherer um 2%. Dafür ist das Gesamtergebnis um 32,1% auf nun 581,1 Millionen Euro gesunken. Weiterbildungspflicht für Anlageberater kommt. In der EU-Kleinerleger-Strategie von EU-Kommissarin Mariette McGuinness ist auch eine Weiterbildungspflicht für Personen vorgesehen, die im Namen einer Wertpapierfirma Anlageberatung durchführen oder über Finanzinstrumente informieren. Formal fallen Finanzanlagevermittler nach § 34f unter diese Weiterbildungsanforderung. In den FAQ zur Kleinerleger-Strategie wird der Finanzanlagevermittler allerdings nicht genannt. Hier wird nur von Finanzberatern ausgegangen. Ergo muss die Bundesregierung final darüber entscheiden, ob auch die Finanzanlagevermittler unter die Weiterbildungsverpflichtung fallen. Darauf macht der Vermittlerverband AFW aufmerksam. Vorurteile gegenüber privater Krankenversicherung Immerhin über die Hälfte der Bundesbürger, 57%, ist davon überzeugt, dass die private Krankenkasse im Alltag nicht mehr bezahlbar ist. 45% der Menschen in Deutschland sind überzeugt, dass die Beiträge in der privaten Krankenversicherung zu hoch sind und auch stärker steigen als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das geht aus einer YouCov-Studie im Auftrag des Versicherungsmanagers Clark hervor. Naturgefahrenbilanz NRW und Bayern mit den höchsten Schäden Das vergangene Jahr war für die deutschen Versicherer ein unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr. Auf die Sachversicherer, wie zum Beispiel die Wohngebäude- oder Hausratversicherung, entfielen im letzten Jahr 3,1 Milliarden Euro an Schäden. Die verbleibenden 900 Millionen Euro leisteten die Kaffzeitversicherer. Im Vergleich der Bundesländer steht Nordrhein-Westfalen mit einer Schadenssumme von rund 790 Millionen Euro an der Spitze der Statistik, gefolgt von Bayern mit knapp 700 Millionen Euro, sagt Jörg Asmussen, Hauptbeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Zurich bekommt neuen Chief Risk Officer Ines Werner wird zum 1. Juni zum Chief Risk Officer der Zurich Deutsche Herold Lebensversicherung AG und Deutsche Herold AG bestellt. Die Wirtschaftsmathematikerin berichtet in ihrer neuen Funktion an Markus Bonn, Chief Risk Officer der Zurich Gruppe Deutschland und wird darüber hinaus eine fachliche Berichtslinie zu CEO Carsten Schildknecht sowie dem Vorständen der beiden Live-Gesellschaften haben. Die Aktuarin ist seit 2021 Leiterin des CEO-Office von Carsten Schildknecht. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Donnerstag, den 1. Juni, präsentiert von eB Pro, die Lösung für Bestand und Provision.